hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge down of man fragt mich bitte nicht wo wir das letzte mal stehen geblieben sind das ist jetzt 24 stunden her die letzte aufnahme und ich weiß es einfach nicht so ja wir warten kurz ich hoffe ich kann auch noch in die einstellung nein war klar schade gut der winter ist da man kennt ihn kalt und frostig ja gut Prozent nein das sollte man nicht das hier wir brauchen noch ein bewohner wir müssen noch ein paar tierchen jagen damit wir ein paar punkte kriegen wir brauchen noch ein zelt ich glaube das ist das hier jetzt wieder ein punkt von denen brauchen wir noch vier weitere was hat hacken ja die sind doch schon in produktion wort es ab meine güte das hier brauchen wir noch ein bisschen dort steht einer zwei drei vier und den fünften setzen wir hier daneben so machen wir das auch kurzen schub trinken und die geschwindigkeit erhöhen so na was bauen wir als nächstes wir switchen uns mal so ein bisschen schräg hin ähm das da steht nur faul rum warum geh mal fische jagen hier was machst du inaktiv läuft bei dir warum honkyponky gab es hier noch irgendwo feuersteine ja hier so die kiddies holen dort alles dann einmal geschwindigkeit erhöhen ich jetzt weiss ich auch warum sie die hütte nicht mehr bauen wir haben einfach kein leder mehr äh lol der hat ein holzack gesagt das doch hier geh mal bäume fällen mann 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 diese duds das ist ein kind das ist auch ein kind shit wo sind denn die anderen alle da ist einer da ist einer aber da kommt auch noch einer ja bringen wir die steinchen weg hier wir brauchen ein paar tierchen die wir töten können ja gut hier wird sich nicht ausgeruht raus mit dir so tier wir brauchen leder kommt erst mal hier rüber rüber und 0 doch hier da ist ein hörsch drei stück sind ausgewählt so der hörsch ist dort das war schon wieder ja kommt dann du hast messer hier gehe ausweiten und du hier sind wir zu weit gerannt gehst mir hier baum fällen was machst du nix oh den winter haben wir gleich geschafft sehr schön oh wir haben wieder fünf äh punkte hmmm das da jetzt müsste hier gleich irgendwo normalerweise ein hündchen auftauchen irgendwann läuft der spielzeit und wenn ich es auch nicht stimmt dann zählen wir uns welche wie sieht es hier aus ja wir haben endlich hacken der hat eine axt das ist ein kind macht das da sollst du auch fische fangen blöde kuh hier wird sich nicht ausgeruht kannst du gleich vergessen du gehst hier steine fahren was machst du wo ist eine Hacke sehr schön ja hier äh überleben des winters sehr schön ach sieht das lustig aus wenn alles wieder auf einmal so schön grün wird und die Menschen rumrennen was ist denn mit dem los oh lull nur ein einziger Feuerstein was bist denn du für einer faule Drecksache so jetzt müsste gleich das Zelt weitergebaut werden hoffe ich mal ja der geht dort Steine fahren kann er ruhig äh 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 ne da kommt Fleisch an so na oh ein Sturm zieht auf ok ok geschwindigkeit wow alles klar mal gucken ob ich das perfekt screenshotten kann nein das war es leider nicht ach komm schon lass mal so einen schönen Blitz einschlagen ja komm ey ernsthaft shit naja gut egal ähm wegen den Screenshots geht es weiter oh der Händler kommt wieder alles klar der Händler kommt wieder wirklich schneller Händler komm lol der ist hier vorne eingeschlagen das hätte man mal screenshotten müssen ähm scheiße haben wir so viel die braucht man nicht das braucht man nicht oh hätte ja klappen können so da ist unser Muffi ähm palim palim lim 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 warum geh mal hier Fische fangen 17 Outfits haben wir neun Personen sind wir das reicht hier fehlt noch ein Leder und wo ist das hin ja gut ja gut wo haben wir Tiere ich brauche halt Tiere hier ist was so kommt ja gut ja gut der eine ist zeit der ist wieder sehr langsam ist ein bisschen fies aber gut aber schöne Schwimmanimation oh da kommt da kommt der Ziegenbock oh der hat nur ne Harpune ok japp erstes Tierchen down zweites Tierchen geht jetzt auch gleich down hoffentlich ich dann killen wir halt das da na kommt's Haben wir noch irgendwo ein Tierchen? Oh, das ist doch... Das ist doch ein Löwe. Yay. Oh, der geht weg. Aber egal, den töten wir. Oh, bevor der uns angreift. Na, was machst denn du da? Ja, Löwe ist down. Dann nehmt ihr die jetzt mal schön aus. Natürlich mit etwas Geschwindigkeit dahinter. Und dann freuen wir uns schon auf das nächste Leder. Du hast keine Hacke, schade. Du hast die Hacke. Oh, wir haben zwei Wuffies. Sehr schön. Und das gefällt mir. Äh, wir setzen das hier mal auf... Was bringt denn der da jetzt an? Nix okay. Wir setzen das mal auf hohe Priorität. Und da wird das letzte Haus gebaut. Also zählt. Sehr schön. Und wir haben wieder einen Wissenspunkt erhalten. Na. Ja. Das war's aber auch schon von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst einen Daumen nach oben. Da lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Wie es dahin bleibt, entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.